Mein Name ist Fabrizio Ruggiero, ich bin Head of Operations, also operativer Werksleiter hier bei Mali Aftermarket am Städter Schornlauf und bin verantwortlich für ca. 22 Personen im Bereich Lager, Fertigung, Produktion und ja, ich sorge dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind. Der Städter Schornlauf ist der zentrale Lagerstandort für Mali Aftermarket in Europa. Wir haben hier am Städter Schornlauf ca. 43.000 Quadratmeter Lagerfläche und lagern aktuell knapp unter 20.000 Sachnummern hier ein. Hier laufen die üblichen Logistikprozesse ab bei uns, also Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung, Auslagerung, Versand, aber auch Produktionstätigkeiten wie Assemblierung, Komplettierung, hauptsächlich im Bereich Powertrain. Ich sorge dafür, dass hier am Standort die operativen Prozesse laufen, sprich letztendlich die Supply Chain funktioniert. Ganz wichtiger Punkt, Schopfler-Kapazitäten müssen sichergestellt werden, müssen geplant werden, das gilt für Personal, Maschinen und Geräte. Kurzum, dafür sorgen, dass hier alles jeden Tag ordentlich funktioniert. Wir haben hier bei uns viele langjährige Mitarbeiter, das heißt, wir können auf einen relativ großen Erfahrungsschatz zugreifen. Wir haben auch eine gute Mischung zwischen erfahrenen Leuten, jungen, motivierten Leuten. Ich sehe uns hier als Standort Schornloff gut aufgestellt für die Zukunft. Wir sind relativ flexibel, was die Produkte angeht. Wir sind gut aufgestellt als Mahle-Gruppe generell, auch für neue Produkte, für alternative Eintriebsformen, Stichwort E-Mobility. Das heißt, wir sind ihren Schornloff soweit flexibel, dass wir jederzeit neue Produkte aufnehmen können. Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren bei Mahle. Also ich bin eigentlich Teil der Mahle-Familie letztendlich. Habe schon viel gemacht in der Laufbahn bei Mahle. Also ich war in diversen Funktionen. Ich habe angefangen im Vertrieb, war dann im Einkauf, war jetzt einige Zeit im Ausland, auch in der Werkleitung. Und jetzt letztendlich hier am Standort Schornloff in der Operationsfunktion. Ja, was macht Mahle für mich aus? Ich denke mal, Mahle verbindet in einer wirklich tollen Form, ich sage mal die Tradition, mit Innovation und Zukunft. Also Mahle steht ja schon seit eheher für ein innovatives, traditionelles Unternehmen. Ich habe Mahle viel zu verdanken in meiner Karriere letztendlich. Die ganzen Schritte, die ich gemacht habe bisher. Aber ich schaue zuversichtlich in Zukunft, weil ich sicher bin, dass Mahle mit den ganzen Veränderungen, mit dem, wie wir aufgestellt sind, wirklich bereit ist für die Zukunft.